Herzlich Willkommen bei Speakaloud, dem neuen Podcast mit und von Donja Vasa. Heute das brisante Thema Homeoffice und dazu habe ich einen Gast eingeladen, Christian Käßmann und stell dich doch einfach mal kurz unseren Zuhörern vor. Mein Name hast du schon gesagt, ich heiße Christian Käßmann, bin 44 Jahre alt, habe zwei Kinder und als Hobby eine Media Agentur. Wir sind ein Beratungsunternehmen und beraten werbungtreibende Kunden dahingehend, wann und wo Werbung stattfindet und wir sind ein junges Unternehmen und erleben uns gerade komplett neu. Das ist glaube ich auch der Grund, wie wir zusammengefunden haben. Ja, auf jeden Fall. Und ja, ich bin gespannt, wie du dieses Thema beleuchten möchtest heute, was für Fragen du hast. Wir fangen einfach an. Wir fangen an, genau. Ja, dank Corona haben wir ja alle einen neuen Point of View. Also die digitale Transformation findet jetzt statt. Homeoffice gibt es ja nicht nur seit Corona, sondern schon seit etlichen Jahren. Ich habe zum Beispiel in Amerika Ende der 90er gearbeitet und auch natürlich gelebt dort. Da war schon das agile Arbeiten, Gang und Gebe und auch die Homeoffice-Geschichte, die fing dann so langsam an, obwohl das ja eher schon so sich eingeschlichen hatte Anfang der 2000er. Und Homeoffice ist ja so ein Hype, weil es gibt ja jetzt seit circa vier, fünf Jahren die virtuelle Assistenten und die digitalen Nomaden, die halt eben damit werben, dass sie von überall am Strand, in der Bar, in der Kneipe im Urlaub arbeiten können. Und ich habe immer darüber so ein bisschen geschmunzelt. Sind das irgendwelche Hippies, Esoteriker? Arbeiten die wirklich? Machen die was wirklich? Kann da wirklich was Seriöses passieren? Das ist ja auch so ein bisschen klischeebehaftet. Eben. Also man rutscht ja eben als Arbeitgeber oder als selbstständige Person erst mal so in Zweifel oder in so eine Klischee-Geschichte oder vorgefertigte Meinung und denkt, was ist Homeoffice oder was ist Remote-Arbeit. Aber es kann ja tatsächlich funktionieren. Und letztendlich sage ich aus meinen Erfahrungen, indem ich Unternehmen coache, dass es oft eben der Mangel an Vertrauen ist. Die Zweifel und die sogenannten Kontrollverluste des Firmeninhabers, Geschäftsführers. Machen die Mitarbeiter etwas zu Hause oder wird da wirklich nur Ringe-Piez veranstaltet. Ja, das... Also ich bin ja bis vor einigen Wochen tatsächlich bekennender Gegner des Homeoffice gewesen und nutze das sogar auch jetzt nicht, sondern bin tatsächlich jeden Tag im Büro. Ich hatte allerdings auch den Luxusvorteil, dass ich nur fünf Minuten mit dem Fahrrad in der Großstadt unterwegs bin und deshalb einen sehr kurzen Weg habe und das ganz gut nutzen kann. Ich hatte aber in der Vergangenheit diese Vorbehalte nicht wegen Vertrauensthemen, sondern immer aus einer Effizienzdenke heraus, weil ich der Meinung war, dass aufgrund der Tatsache, dass einzelne Personen nicht im Team vor Ort im Büro sitzen, die Situation entsteht, dass das Team immer einen zusätzlichen Kommunikationsaufwand betreiben muss, um die anderen Personen zu informieren. Oder die anderen Personen müssen sich aktiv mehr darum kümmern, ins Team eingebunden zu sein, um... Ups! Du möchtest wissen, wie es weitergeht? Schau mal unten in die Kommileiste und besuch uns bei Apple oder Anchor oder Spotify. Christian und ich, wir freuen uns. Eure Donja Barca.